totes huhl ich bin ich bin 1133 oder 1.000 34 35 g in solo runden die oberschwitzer und ja muss es bitte ein skill best matchmaking die sache ist wichtig ist aber was wie viel kills machst du normalerweise so zwischen 5 und 15 ja und da hast du schon ein problem du musst die kills runterschrauben warum ansonsten kommst du weiterhin in solchen lobbies ja aber es macht doch wie dann wenn ich in dem film also wie gerade jetzt ernährt nur um den film bin im modus bin ja dann treffe ich alles was ich will das ist halt bei fordner also je weiter du hochkommst also je näher an den top ten bist je mehr kills du machst desto höher kommst du halt mit dem mmr da aber trotzdem ich finde das nicht dass es halt das über skill-based matchmaking ist klar kann es auch mal sein dass du in der lobby leute hast die ein bisschen schlechter sind als du mal welche die besser sind als du ja aber eigentlich so gesehen ist es wirklich skill-based matchmaking ich bin kurz drüben aufhören oder wo wollt ihr hin nein ich glaube ich gehe gerade zum haus zum looten weil rechts von mir sind irgendwo schütte ja 4-4-4 Ich bin noch ein paar Leute, die Typen brauchen. Ich bin noch ein paar Pepys, aber ich weiß nicht. Also nicht mehr so. Ich bin hier. Jetzt treue ich! Ich möchte mich wieder anfangen. steps Ich weiß gerade nicht wo der neue Schöpfle ist, oder irgendwo ist sie? Ja, das weiß ich auch, ich bin... Das wäre echt schnell gewesen. Oh fuck. Ey, gib das mal wieder her. Oh nein. Aber er ist Schildcrack. Und er pusht mich jetzt. Er pusht. Wie viele? Nee, er lost weg, oder? Einer noch. Er heilt sich. Er heilt sich. Ich könnte jetzt auch noch weiter sagen. Oh man, Alter. Bleib da hinten in der Ecke. Hm. Ich habe noch ein bisschen ein Tuch. Aber auf jeden Fall alles. Laufen wir gleich zum Bus. Oh, Steps. Warte, hier oben wo ich hinlaufe ist eh ein Bus. Gut. Die Fahrt habe ich ja auch. Dann hole ich einfach hier oder? Zwei. Nein, nein nicht. Über den anderen ist er. Direkt nicht. Direkt nicht. Da ist man nicht. Zeug. Und der andere auch. Nein. Nein, ich habe es nicht. Sorry. Ohne ab. Aber, äh. Hier ist auch noch eine zweite jetzt. noch. Sven, hast du eine Krone genommen? Ich habe einen zwei. Warte mal. Hm. Hm. Warte mal. Hm. 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 Looten. Mh. Hzer. schon liegen jetzt da unten warte macht aber Ich liebe dieses Ball. Das ist so hart von mir. Was denn? Ah, ich hab von welchen Aufgaben muss ich noch eins machen. Oh, ich hab von mir überlegen, um zu sprechen. Hast du irgendeinen Schotze noch raus? Nee, ich glaub du musst nach... ... in den Canyon. Ich hab die Auswahl, warte, zwischen... ... hier hin, hier. Oder in dem Fall jetzt nach hier. Und den Teil hab ich auch schon mal aufgedeckt. Wie bitte? Den Teil hab ich auch schon mal aufgedeckt, perfekt. und fehlt mir nur noch die zwei drei inseln also ich bin schon mal weiter ziemlich weit ja nur noch mehr zu der markierung habe ich ich bin dann machst du wieder so wie immer oder da konnte ich nicht mehr war nur eine frage wasser wo ist denn was was schon ein bisschen zeit schon ich bin immer noch ich auch ich bin nur so ein halb und dann direkt auch so froh dass hier noch irgendwie auch anleihen war hatte sich mal mit etwas arbeit ist nicht nur zeit nach hause das spiel als spiel ein aufsicht und als service kommt ja auf jeden fall schilder spieler ja doch schon eigentlich irgendwo so außer du hast halt so voll die abpacken ja bei mir ist halt die ganzen ganzen kann machen kann man ja und der ganzen kann man da dran meinen sich nicht an die meisten regeln zweiten das kann ich mir gut vorstellen mein einen mit einem zu diskutieren ohne grund ich bin in den kohlen maßnahmen 2g plus regeln wo ich es aber auch dazu gar keine lust habe erkennt man die leute die maske so tragen unter der nase obwohl ich ja nur noch solche leute genau solche leute da habe ich dann um warum kommandieren den sagen dürfen dass die die maske nicht haben sollen ich meine die sollen ich habe damit schon mal darüber schon mal mit jemandem in der bahn diskutiert da habe ich auch gesagt die atemwege sollen geschützt sein du hast die nase frei scheißt du durch die nase und atmest durch das arschloch oder warum ist die nase frei nicht wo hast du einfach ein 33er entschuldigt was geht irgendwer die ranger ne nicht wirklich äh schalini wo bist du hast du noch schneider moni mhm warte ich muss kurz ein wenig nehmen weil ich möchte noch ein ding das kann nicht gucken das sind die großen ne mhm alles gut bei euch ne das kann nicht gelesen wie da wenn mir kommt noch ein auto ich könnte mir helfen gebrauchen ich habe gerade irgendwie hier zwei teams nach mich woher woher keine ahnung ich habe ja auch ich habe ja auch jetzt bekomme ich oh man er ist direkt davon ich habe ja auch ich habe auch Louis der nach kopf er macht wir auch mit das auch bei dir vertreten keine ahnung ich weiß nicht wo der dude ist da vor das geläftet alter ab und gut ich habe auch noch hier wollen das ist da eigentlich muss nur aufpassen dass der endplaner ist wo bist du alt da oben das war das aber das war ein bot oder keine ahnung aber kannst du deine waffe um ich bin auch wir wollen so viel nachdem kommen mit der großteil von deinem Zeug liegt noch da hin ich bin schon direkt unterwegs aber die Kronos Weckner ich glaube die ist noch aber nimm dir erstmal hier genug Munition hier liegt noch genug guck ich nehm guck ach da liegt naja wo ist denn die Krone ja 400 R und 116 oh die sterben da ist noch einer gewesen oder hier hier ist noch ne Krone wenn du willst jo aber da kommen auch glaube ich noch zwei hier goldene Sniper wer möchte ich nehm ja hier nochmal was Blumeleichter nicht schlecht hat der Blumeleichter ab mhm mhm ja unten noch verboten sich noch nicht ja ey wir beiden kommen mal zusammen hier komm mal zusammen hier komm mal zusammen hier Kevin komm her sorry schon mal noch ein bisschen chillt thank you oh ne ich hab ihn immer aber egal aber egal Alter das war schon mal sie scheiße und das hat mich voll erschrocken mein Ziel ist das da hinten bei meiner Markierung aufs Decken ich hab ihn mal leid kann man ach du schuldig ach du schuldig ich war ja die mk so einer ist schon mal weg ich habe ja vom namen ist ja aber mit range genauso wie auf seite ist die echt schon krank macht die chanel hier noch besser bei dir drüben war ja nichts mehr aber doch ich stehe mit dabei ich stehe mit dabei ich stehe mit dabei ich stehe mit dabei da war ein sneak krank er hat er wird gebraucht zweiter so kommt jetzt Nummer zwei alter scheiße ja ich habe keine munition gehabt alter perfekt keine munition hier sogar noch eine tonne lesen noch zwei noch einer ist hier noch draußen noch laufen ich wollte keine nicht mehr aber schon ich bin allein ganz gut und ich bin auf der ich bin aber ich bin ich hab schon danke was gibt es denn jetzt zu kaufen ein sniperino oh gott danke kommt mal zu mir zusammen ich hab noch ein bücher da ist glaube ich da hinten irgendwo er ist noch auf der anderen seite was wollte ich denn machen ich hab schon danke macht ja mal da hm Hmm. Hmm. du bist das alles klar warte ich komm zu dir rüber 95 ja da war das noch einer das waren alle da waren nur 12 ja einen habe ich gerade erledigt jetzt packt das hier auf das wäre nicht zu deiner frage wegen wie lange ich schon zocker oder ob ich noch zocker wird auch schon so wichtig der arm weh vom abstützen ich kann nicht schon meiner nicht nur deiner meiner auch jemanden mindestens ersatz ich habe noch ich hätte schon drei also konnte ich sammeln ich sehe gerade in dem wasser nicht genug das hätte ich auch bei dir spielt jemand mit pump gun also wenn du eine pump gun für mich hättest würde ich sie nehmen aber automatische schrot die 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 noch ganz ich kann den nicht mal mitnehmen wo gehst du denn? äh, ich komme, warte wahrscheinlich reicht ja, ich weiß ich hab's angefangen ja, hab's angefangen spielt jemand das Gewehr hier? ja ich bin auch schon unterwegs ich möchte ja jetzt nicht fragen Chalene oder Chalene aber ich hätte ja noch einen Bibi wie ist das jetzt in deine Richtung? ah, perfekt voll gegen Kopf geworben, ne? ja, ein bisschen ne, oder? na, doch, kann sein Zeitpunkt jetzt ist das nicht nur ein Bibi jetzt ist das nicht nur ein Bibi oh, hier waren es Schütte oh, hier waren es Schütte ne, das ist das Zelt genau, ah, ok wenn du es aufstellst, dann komm kurz dieses, äh, ich sag mal schlackern wir als wenn jemand kurz in der Lange ist, die sind gerannt oder so hab ich am Anfang das erste Mal als jemand ein Zelt aufgefällt hat, auch gesagt das ist eine voll gute Nation wieder aber das Zelt, das häpftchen nur noch schwöre ich euch das ist einfach zu OP ich bin meinem Zelt eigentlich nur, äh alles mögliche an Heilkram, weil ich schon ein paar Mal vorkam, dass ich nicht in Keilung hatte hab ich unterwegs einfach das Zelt gefunden dann ging's wieder und, ja und, ja und seitdem man, ich pack das voll mit Heiden wie bitte? ja ich pack das Zelt einfach nur von ja, aber du kannst mit dem Feld einfach mit Sturmfluche, äh Schaden 5 und Sturmfluche das finde ich einfach so heftig das ist ein Video von einem YouTuber gesehen, ne? da hat sogar ein ein Wunderwert ja, ich weiß noch so mein allererster Solosieg habt ihr schon mal aus Versehen gewonnen? mhm ich fühle zu oft ne, mein erster Sieg war eigentlich so gewesen also, wenn ich Solo spiele dann mach ich das eigentlich nur aufgrund dessen, weil ich Aufgaben erlegen will also, ich lauf dadurch dagegen glaub ich, mach meine scheiß Aufgaben fällig und so auf einmal merkst du ich bin unter den letzten 10 denk mir so, hör, was soll das denn? ich mach weiter meine Aufgaben weiter, weiter auf einmal unter den letzten 3 dann seh ich nur noch die letzten 2 der andere der ist so gesehen, keine Ahnung 10 Meter neben mir die dann kurz hin, einmal mit der Pumpgun in die Fresse fertig gewonnen u itu stormy kommen 3 9 1 ich habe die bühne zwar gefunden gegen booster aber das lustig hier ist hinten kein kadde ich komme wieder zu euch nicht irgendwie ist mir das hier zu ruhig neun leute hier scheinen seit ewig halten ist schon ein bisschen komisch ich wette gleiches wie das handkutsch angesagt alle wollen wir halt wollen natürlich ja aber ich sehe jetzt an den bekannten stellen da hinten kein auto er wird glaube ich von hinten aber hat 180 wie viel habt ihr ich habe jetzt einen sniper unseren kollegen gesehen ok also zone kann mich noch save war da was du mal gehört hast ja ja bruder wo ist ich wo 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 nicht wo 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 ja 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 fuck ich sehe den Hectornia Ich habe schon einen Schuss, der Boah, schön. Danke. Ich brauche noch irgendeine Krone. Schild, Schild hast du? Hab alles, danke. Kommt ihr hin? Die Jungs, kommt ihr hin? Es kommt zu mir. Die letzten zwei noch. Boah. Hand down. Wurde wir den anderen nicht. Safe auf so nem Buschcamper. Da hinten ist er. Ich markiere, wo hinten? In deinem Torn. Schön. Und töt.